Ich will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben, okay? Du bist der Grund, dass mein Papa tot ist. Du hättest einfach nur zu diesem Date gehen müssen, aber nein! Frau Müller-Brands**t ja lieber mit Mike! Und nimm mir meinen Vater, Will! Ich will immer noch deine Mutter, okay? Ich werde dir das nie wieder verzeihen, alles klar? Ich weiß, dass Amelie mich gerade echt nicht sehen will, aber ich muss verdammt nochmal mit ihr reden. Ich will die Kleine jetzt nicht auch noch verlehnen, egal was für eine Scheiße ich gebaut habe. Emi. Hey. Geht's dir gut? Ich hab grob mitbekommen, was passiert ist. Also wenn du reden willst, Milla, ne? Ich weiß, danke dir, aber ich würde jetzt echt gerne mal kurz mit Amelie reden wollen. Ja, sie da? Sie ist aber, Amelie will ich absolut nicht sehen. Emi. Komm, es ist verständlich, okay? Gib mir einfach ein bisschen Zeit und bis ich die Wohnung, bis sie geglättet haben. Bitte, ich muss mit ihr reden. Ich kann nicht für Amelie sprechen. Ich bin gerade dabei, deine Tochter zu verlieren. Ich weiß, Milla, aber wie gesagt, du kannst auch immer mit mir reden, wenn irgendwas ist, okay? Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Wegen Mike oder wegen Amelie. Was willst du hier? Ich wollte mit dir reden. Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen, okay? Okay. Worüber sollen wir denn jetzt noch reden, Mann? Ich hab auch eine Chance verdient, dass ich mich mal erkläre, okay? Du machst ja komplett nicht. Ich glaube, das hast du nicht. Doch. Mann, und alles, was ich wissen muss, weiß ich doch auch bereits. Weißt du nicht. Du hast mit Mike gepennt, während Papa erschossen wurde. Und wahrscheinlich kam es dir sogar gelegen. Weil jetzt kannst du schön fröhlich weiter mit ihm rum... Fräulein. Was, Fräulein? Hier redest du mit mir erstmal, okay? Das ist mit Mike übrigens vorbei. Ach, ist es das? Weißt du was? Nichts mehr mit dir zu tun haben, okay? Amelie. Du bist der Grund, dass mein Papa tot ist. Du hättest einfach nur zu diesem Date gehen müssen. Aber nein! Frau Müller brennt ja lieber mit Mike. Amelie. Und nimm mir meinen Vater mit. Ich will immer noch deine Mutter. Ich werde dir das nie wieder verzeihen, alles klar? Kommen wir nochmal bitte an. Ich hab alles versaut. Wenn ich mich doch bloß mit Erik getroffen hätte, statt mit Mike. Wenn ich doch nur von Anfang an ehrlich gewesen wäre, dann wäre doch alles anders gekommen. Na? Hi, Müller. Danke, Emmi, für alles, ja? Alle Klärchen? Nee, ich kümmer mich um Amelie, okay? Danke, Kevin. Ja, der Portugal hat nicht überhandelt. Das kann ich. Nein, das geht wirklich nicht. Es tut mir leid. Pass auf, wir reden die Tage einfach nochmal, ja? Ja, ciao. Das ist jetzt gerade mit dem Telefonat irgendwie auf sich. Scheiße. Hey, mach ganz ruhig. Das war Joel, das ist ein guter Freund von mir aus Portugal. Ja, der hatte einen Unfall und hat sich jetzt ein paar Knochen gebrochen. Auf jeden Fall soll ich die Bar übernehmen. Okay. Ich hab nein gesagt. Ich kann nicht nach Portugal gehen. Ich hab das L.A., Conor ist hier. Du bist hier. Wegen meiner musst du nicht hierbleiben, okay? Ich schaff das schon. Ich weiß. Hast du mit Armini reden sprechen können? Nee, sie will mich nicht sehen. Sie will nicht mit mir reden. Kein Wunder, ne? Was hast du denn da erwartet? Dass sie dich mit offenen Armen empfängt und sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, dass du uns alle belogen hast und dass Erik dabei gestorben ist? Okay. Du hast Armini verloren. Das ist deine eigene... Ja, reiß dich doch einfach mal mit zu. Und misch du dich bitte nicht immer überall ein. Danke. Dann mach du das das Gleiche. Und misch dich nicht überall ein, was dich nicht angeht. Das ist ihre Tochter, nicht deine. Bist du fertig? Bist du fertig? Das ist gut, Mike. Das hast du gerade gut angesprochen. Ich hab Armini nicht verloren. Ich werde immer um sie kämpfen, okay? Denn das ist bestimmt ein Punkt, den du nicht verstehst. Ist das dein scheiß Ernst, oder was? Ja, das ist mein scheiß Ernst. Ich weiß nicht, wie es ist, Menschen nicht verdienen zu machen. Ich hab gerade meinen Bruder verloren, okay? Bist du mir gerade zu, oder was? Das ist mir scheißegal. Aber hast du eine Tochter? Hast du mir scheißegal? Ganz du, Mutter. Du kapierst nichts, oder? Du raffst es gerade nicht vor. Du hast Amelie verloren und du bist selbst daran schuld, okay? Hast du. Alles klar. Du hast mir meinen Bruder genommen. Und dafür hast du Amelie verloren. Milla, du bist selbst schuld. Und du misch dich nicht immer überall ein. Hey, sind wir erwachsene Leute, oder nicht? Müssten wir uns hier anschreien? Beruhig dich auf jeden Fall. Lass mich in Ruhe. Was ist hier los? Hier ist gar nichts los. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Wir mischen sich Leute in Sachen ein, die es überhaupt nichts angehen. Was soll das, Theater? Menschen zu verlieren, den man liebt. Weil Erik hast du ja nicht verloren. Äh, geliebt, ne? Schnauze. Schnauze. Alles gut, Milla. Du kannst wieder auf dein Zimmer gehen. Ich kann dir sagen, was los ist. Die beiden waren... Nee, kann nicht. Die beiden waren... Während Erik gestorben ist. Meine Güte bist du wohl. Mein Arsch voll hier, ey. Mein komplettes Leben gerät gerade aus der Bahn und ich kann absolut nichts dagegen tun. Vielleicht hab hier ja recht. Ich hab's verdient. Lass uns bitte nochmal in Ruhe über alles reden. Wir haben uns doch immer gesagt, wir können über alles reden. Ich vermisse dich und hab dich unglaublich doll lieb. Kann ich rechnen? Ich hab Amelie jetzt mal eine Sprachnachricht geschrieben, dass wir miteinander reden sollten. Okay. Ich glaub, das ist eine ganz gute Idee. Ganz in Ruhe und... Hey, Amelie liebt dich. Ich sie auch. Du bist ihre Mama. Und das weiß ich auch. Hey, Mosebeen. Lass uns bitte nochmal ganz in Ruhe miteinander reden. Wir haben uns doch immer gesagt, wir können über alles reden. Okay? Ich vermisse dich und hab dich unglaublich doll lieb. Milla? Ich glaub, ich hab sie noch nie so sehr gehasst wie jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie ich ihr irgendwann verzeihen soll. Ich weiß nicht, ob ich ihr irgendwann verzeihen kann. Und dabei ist sie gerade die Einzige, die ich noch hab. Ich kann nicht verstehen, dass du mit Milla nichts mehr zu tun haben willst. Aber eins ist nicht wahr, Amelie. Du hast nicht nur Milla, du hast auch mich. Und ganz ehrlich, Milla war so egoistisch. Hat sie einmal an dich gedacht? Oder an mich, oder an Erik, an irgendwen. Nur an sich selbst. Es war ja alles scheißegal. Weißt du, seine Eltern kann man sich nicht aussuchen. Aber du musst nicht immer zu Milla stehen, wenn du das nicht willst. Weißt du, im Endeffekt musst du auf dein Herz hören, ob du Milla noch weiter in deinem Leben haben möchtest. Aber eins ist auf jeden Fall klar und das darfst du nie vergessen. Ich bin bei dir. Pia hat absolut recht. Milla hat mir einfach das Schlimmste angetan, was sie mir hätte antun können. Schreibst du ihr? Und das kann ich ihr nicht verzeihen. Ab sofort hab ich keine Eltern mehr. Du bist für mich gestorben. Ich habe keine Mutter mehr. Von nun an bin ich elternlos. Das meint sie nicht so, oder? Nein, meint sie nicht. Doch, meint sie. Doch, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich habe alles verloren. Hast du nicht. Ich habe meine eigene Tochter verloren. Und ich bin schuld. Ich bin komplett alleine. Milla, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht, du bist. Ich bin nicht dran schuld. Nein, bist du nicht. Nee, sonst wäre meine Tochter jetzt bei mir, oder? Nein, 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 nein. Milla, 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 hör mich an. Ami, die checkt das schon irgendwann. Du bist nicht schuld. Dieses Arschloch, was Erik erschossen hat, der ist schuld. Die checkt das nicht. Doch. Milla. Hey, 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 hey. Hey, Milla. Die checkt das nicht. Es ist richtig, sie jetzt einfach so aus meinem Leben zu schmeißen. Hat sie denn an dich gedacht, einmal? Und ganz ehrlich, ich bin heute Morgen auch schon wieder mit ihr aneinander geraten. Die beiden zu sehen, sie und Maik. Weißt du, das ist so ekelhaft. Er tragt das nicht. Und genau deswegen musst du auch ausziehen. Ja, meinst du, daran habe ich nicht schon gedacht? Wie soll ich denn so schnell eine Wohnung finden? Du kennst den Wohnungsmarkt in Berlin. Nee, musst du nicht. Dann kommst du mit aufs Hausboot. Nein, ich kann doch jetzt nicht aufs Hausboot ziehen. Na ja, doch. Emi und Kretze. Ja, Emi und Kretze, die haben mich doch auch mit offenen Armen empfangen. Die wissen doch, wie beschissen unsere Situation gerade ist. Also klar, wir müssen dann halt gucken, weil die Kabine ist nicht die Größe und wir müssen uns ein Bett teilen, weil Lins Bett ist halt zu klein. Aber wir würden das irgendwie hinkriegen. Und dann bist du da endlich weg. Weil ich kann verstehen, dass du das nicht mehr aushältst. Dann gehen wir jetzt direkt hin, holen deine Sachen. Meinst du? Ja. Aber ins Loft gehe ich alleine. Da musst du jetzt wirklich nicht mitkommen. Da siehst du nur Milla und nein, das regle ich alleine. Du bist für mich da, ich bin für dich da. Und ich muss mich der Situation mit Milla sowieso stellen. Okay. Ich kann Pia so gut verstehen. Nicht eine Nacht hätte ich noch länger mit Milla unter dem selben Dach ausgehalten. Dann los. Aber ich hoffe, Milla und Mike sind gleich einfach nicht da. Ich will die beiden einfach nicht sehen. Amelie wird das auch mal verstehen. Meine ganze Welt bricht auseinander. Und wenn ich nicht total durchdrehen will, muss ich spüren, dass ich nicht alleine bin. Ich muss Mike spüren. Nein. Was, nein? Ich möchte nicht, okay? Okay. Das war scheiße, mal wieder. Toll. Aber super, was war denn das gerade? Was war scheiße? Was war scheiße? Das schon wieder. Fehler war das gewesen. Du wolltest es, ich wollte es, okay? Mike. Hey, hat es dir nicht gefallen? Wegen so einer Scheiße habe ich meine Tochter verloren, okay? So einfach mehr ehrlich zu dir. Nicht so. Ach nee, wen haben wir denn da? War ja klar. Okay. Okay. Deine Tochter. Hey, 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 hey. Ich kann dir alles in Ruhe erklären, okay? Wir haben fünf Minuten Zeit, es ist einfach versehen. Ich kann es auch. Ich bin froh, dass ich dieses Versehen gesehen habe. Wirklich. Jetzt gibt es keine Lügen mehr. Es gibt Erklärungen. Es gibt Erklärungen. Ich bin, ich bin einfach froh. Ich bin froh, dass ich dich nicht mehr in meinem Leben habe. Bei so jemanden wie dich brauche ich in meinem Leben nicht. Doch. Und dieses Versehen da drüben, der ist auch kein Stück besser als du. Wirklich ihr. Ihr habt euch verdient. Von ganzem Herzen wünsche ich euch, dass ihr zusammen unglücklich werdet. Hauptsache ich muss euch nicht mehr wiedersehen. Und weißt du, Erik und du, ihr habt sogar was gemeinsam. Ihr seid beide gestorben. Aber ihn vermisse ich schrecklich doll. Pia, bist du fertig? Ja, Schatz. Wir reden nochmal über alles, okay? Komm, bitte. Bitte. Du hast doch meine Tochter. Hier. Ich war. Das ist tatsächlich nur eine größere Schlampe, als ich dachte. Jetzt heult sie. Achso, ich ziehe übrigens auch. Meine restlichen Sachen würde ich da stehen. Geht's noch beschissener? Was bin ich für ein ekelhafter Mensch, dass ich es schaffe, dass meine Tochter mich mehr hasst als heute Morgen. Wie geht denn das? Ich habe noch Bettzeug für Pia. Das ist nicht das Beste, aber wir holen morgen ein Vernünftiges. Werd ich mal sagen. Ich kriege es einfach. Ich kriege es nicht in den Kopf rein, was für eine abgestumpfte und egoistische Person Milla ist. Ich bin gerade einfach nur wahnsinnig froh, ganz weit weg von ihr zu sein und sie jetzt erst mal nicht sehen zu müssen. Amelie, ich weiß, dass es weh tut, aber ich glaube, du weißt, dass es nicht Millas Schuld war, dass Erik tot ist, oder? Sie kann dafür nichts. Ehrlich jetzt? Wessen Schuld sollen das dann sein? Man, Milla kann doch aber nicht ahnen, dass so etwas passiert. Ja, aber sie hätte halt dieses Date nicht absagen müssen. Natürlich ist es ihre Schuld. Sie ist schuld, dass mein Vater tot ist. Und ich hoffe, das weiß sie auch. Ey, deiner Mutter geht es genauso rundeelend. Wirklich. Und erst recht, weil du sie so wegstößt. Das ist für sie das Wichtigste. Das weißt du, ne? Natürlich. Das wird sich auch nie ändern. Sie ist doch jetzt bestimmt mega froh, dass sie jetzt rund um die Uhr mit Mike führen kann. Hey. Hey. Du, Emi, danke übrigens, dass wir hier unterkommen können. Ey, sehr gerne. Solange wie ihr wollt. Selbstverständlich. Danke. Ich hoffe, es regelt sich bei euch alles wieder. Aber wenn ihr was braucht, ich bin oben. Schreit einfach. Das wird sich nicht regeln. Und ich bin mir auch nicht mal sicher, ob ich das überhaupt will. Ich meine, ich fühle mich gerade wahnsinnig alleine, weil ich keine Eltern mehr habe. Naja. Ich will sie auch nicht mehr. Amelie, alleine bist du nicht. Ich bin ja wohl da. Du sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir uns eine eigene Wohnung suchen? Ich meine, das ist ja jetzt hier so eine Übergangssituation. Hier können wir ja nicht auf ewig bleiben. Ich meine, ich schlafe gerne mit dir. Ich teile mir gerne mit dir ein Bett. Aber wir beide so eine Wohnung zu zweit. Machen wir das morgen? Ich suche morgen gleich sofort was raus, wenn wir was finden. Aber wir finden was. Ich bin da sehr zuversichtlich. Dann müssen wir jetzt erstmal für den Übergang hier gucken, wie wir klarkommen. Und Amelie, ich bin für dich da, ja? Du bist nicht alleine. Das muss da oben rein in dein süßes Köpfchen. Ja, also ich würde die bitte gelehnt. Gut, ich nehme dich die. Und ich würde gerne hier. Und ich da? Ey, wir verstehen nicht. Na, siehste. Wenn ihr den Blick sehen sollt. Wenn ihr mich angeguckt habt. Hass erfüllt. Durch mich durch. Also, ob ich eh egal bin. Es war so. Es tut weh, Amelie so leiden zu sehen. Es tut weh, was ich ihr alles angetan habe. Aber meistens tut es weh, dass ich ihr komplett egal bin. Ich als Mutter. Okay? Du bist dir nicht egal. Mann, Mike, du warst doch gar nicht mit dabei gewesen, Mann. Die Nummer ist durch. Ich habe wegen dir meine Tochter verloren. Meine komplette Familie. Und ich möchte jetzt einfach, dass du gehst. Okay? Geh raus hier. Wir sind... Ich glaube, die ganze Sache braucht einfach ein bisschen Zeit. Amelie braucht ein bisschen Zeit. Du brauchst ein bisschen Zeit. Genau. Ich brauche ein bisschen Zeit. Und von daher ist es die richtige Entscheidung, dir jetzt zu sagen, dass wir ab heute nur noch Mitbewohner sind, wir uns nichts mehr zu sagen haben. Und wir uns auch bitte nicht erstmal über den Weg laufen. Geh bitte nach Portugal. Okay? Nimm dieses komische Angebot aus dieser Bar ab. Und hau ab. Ganz sicher. Okay. Okay, dann gehe ich. Ich mache die Geselle auf. Mach's gut. Mike und ich, das hätte so oder so nie funktioniert. Ich hätte es auch schon viel früher beenden müssen, als Erik noch gelebt hat. Dann wäre alles anders gekommen. Amelie würde jetzt noch bei mir sein. Geil, du hast Blumen bekommen von mir. Ich glaube, die sind von mir. Ich würde mir vielleicht Gedanken machen, warum du, wenn du Blumen geschenkt bekommst, zuerst an mich denkst. Nur mal so nach dem Radiointerview. Da steht mein Telefon nicht still. Eine Antwort, Hanna. Muss ich alle absagen. Also deine Show. Denk mal an die 15, wann war die 15.000 Euro? Die wirst du ja schon bezahlt haben. Und du wirst ja anders reagieren. Piet, ich spreche nochmal mit, Bulle. Okay? Ich bekomme mich nicht überredet. Wo willst du denn hin? Über was musst du nachdenken? Über uns? Über Lynn? Über das Baby? Über was, Emmi? Über alles. Was ist alles? Vielleicht auch über uns. Sehr cool von dir, dass du dir gerade dieses Video angeschaut hast. Aber wenn du jetzt keine Folgen und die News nicht mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Und auf TVNOW kannst du schon die Folge von morgen gucken.